Die kommen aus Russland, ne? Ja, ja, ich kaufe das nicht. Ich kaufe das auch nicht. Tschernobyl, ne? So ist es. Da haben sie ein Cäsium drin, bis zu, weiß weiß ich, wie viel Bäcker. Nein, ich gebe das auch weiter an. Auch diese Firmen, wenn die mal deutsche Sachen kaufen... ...katsach ab. Musik